Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 257. Mal bei Hoaxsiller, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoaxmistress Alexa. Hallihallo, willkommen zu dieser Folge und bei mir ist natürlich wie immer der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Und für uns liegen jetzt die Aufnahmen der 257 und der 256 gar nicht so weit auseinander. Deswegen haben wir gar nicht so viele Neuigkeiten zu berichten. Das macht aber nichts, weil dann können wir jetzt einfach viel schneller weitermachen in der Sendung. Und ihr könnt raten, ob das, was Alexa euch gleich erzählt, stimmt oder nicht. Die heutige Story ist ebenso schnell erzählt, wie sie völlig absurd und abstrus ist. Sie handelt nämlich schlicht und ergreifend von der Behauptung, dass in einem Museum in der Schweiz, die, jetzt muss ich ablesen aus meiner Quelle, die Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großmutter von Boris Johnson liegt als Mumie. Die Mumien-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großmutter von Boris Johnson in der Schweiz. Von dem Boris Johnson, der gerade aktuell zu diesem Zeitpunkt Premiere jetzt da in Großpartnerien ist. Genau. Klingt absurd und ist es eventuell auch oder es stimmt. Als Mumie? Also, dass die vielleicht... Okay, das ist spannend. Du guckst mich gerade sehr konsterniert an. Kurz und bündig. Wir machen erstmal heute. Im Boden. 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 Ja, wenn du lachst, funktioniert das nicht. Entschuldigung. Dann ist das nicht ernsthaft genug. Dein Gesichtsausdruck war so schön dabei. Ja, den siehst allerdings auch nur du bei der Aufnahme. Ja, Mumien-Ausrufezeichen. So heißt die heutige Episode und wir wollen uns mal ein wenig damit beschäftigen, was ist denn so drum und dran an Mumien und vor allen Dingen natürlich, was ist drum und dran an Mumien in der Popkultur. Also wir werden heute weniger einen Ausflug dahingehend machen, wie man Mumien hergestellt hat, sondern wir wollen eher uns mal anschauen, etwas später, einige Jahre später, was so mit Mumien bei uns hier im Abend dann passiert ist. Genau, mich hat schon immer interessiert, woher denn die Mumie als Horrorgestalt in unserer Popkultur kommt, weil die ja wirklich so an gleicher Stelle zu finden ist inzwischen wie Vampire und Werwölfe. Und da wollen wir mal gucken, woher dieses Motiv kommt und wie sich das entwickelt hat. Ja, was ihr da zum Einstieg gehört habt, war ein Aussteller aus dem Film Die Mumie aus dem Jahr 1999 war das, als dieser Film in die Kinos kam mit Brandon Fraser in der Hauptrolle. Und danach gab es dann ja zwei weitere Fortsetzung dieses Stoffes, sage ich mal und auch nochmal später dann nochmal eine Neuauflage mit Tom Cruise natürlich. Und es gibt sogar einen Film Die Mumie irgendwie von 2019, da habe ich mir den Trailer angeguckt und konnte überhaupt nicht glauben, dass das ernst gemeint ist, weil sowas abgrundtief Schlechtes habe ich irgendwie schon lange nicht mehr gesehen. Also ich glaube auch nicht, dass der großartig irgendwie in den Kinos gelaufen ist. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber das war auf jeden Fall ein Desaster. Der ist auch relativ schlecht bewertet worden bei IMDb. Ja, über die Qualität kann man sich natürlich streiten, aber es zeigt natürlich, dass das Thema Mumien immer noch en vogue ist und all das fußt ja im Grunde genommen auf einen Ursprungs-Mumien-Film, der nämlich dann auch The Mummy hieß und aus dem Jahr 1932 bereits stammt. Ja und der hat tatsächlich Parallelen durchaus zu dem Summers-Movie mit Brandon Fraser und auch was die Story angeht, also auch in dem Film mit Boris Karloff übrigens und unter Regie des expressionistischen Filmemachers Karl Freund ist dieser amerikanische Film entstanden 1932. Und auch da geht es um Imhotep, der hier auch als hohe Priester dargestellt wird. Wir wissen ja, Imhotep im Prinzip der Baumeister des Pharao Djoser, auch hoch angesehen und weniger ein hoher Priester, der sich zu Lebzeiten etwas zu Schulden kommen lässt und sich irgendwie falsch verhält und deswegen verflucht wird. Boris Karloff hatte auch während der Dreharbeiten mit schrecklich unangenehmem Make-up zu kämpfen, was ihm das Sprechen fast unmöglich gemacht hat. Also der Film ist auf jeden Fall sehr, sehr stimmungsvoll und interessant. Ich habe mir den Trailer zumindest angeschaut und eigentlich müsste man sich den auch mal in Gänze angucken, weil der wirklich so sehr viel Atmosphäre erzeugt, finde ich. Also das ist schon ein sehr, sehr interessanter Mumien-Film auf jeden Fall. Und das Ganze fußt natürlich irgendwo dann auch auf etwas, was man ja gerne Ägyptomanie nennt, aber das ist eigentlich die zweite Welle der Ägyptomanie, das werden wir noch erläutern. Aber natürlich aus der Zeit, gerade der Film mit Boris Karloff fußt auf das Jahr 1922, nämlich das Jahr, in dem Howard Carter letztendlich das Grab, das nahezu unangetastete Grab von Tutankhamun, um Gottes Willen, entdeckt hat und ausgegraben hat. Und das hat ja zwar so eine zweite Ägyptomaniewelle eigentlich in Europa ausgelöst und plötzlich war natürlich Ägypten und auch das Thema Mumien und der unglaubliche Reichtümer der alten Ägypter in aller Munde und hat sich sogar auch in Baukultur und Innenarchitektur ausgebreitet. Bevor ihr jetzt sagt, aber doch nicht erst seitdem. Wir werden natürlich auch noch weiter zurückgehen. Die zweite Welle. Genau, das ist auf jeden Fall eine wichtige, wichtige Station. Und wir haben ja in diesem Mumienfilm sehr, sehr oft das Thema, dass die Ruhe des Toten, wenn er denn auch schon zu Lebzeiten verflucht wurde, gestört wird. Dass man sozusagen unbedarft als Außenstehender an dieses Grab tritt, da versucht eine Schriftrolle zu übersetzen und das dann laut vorliest und zack ist die Mumie dabei wieder aufzuerstehen. Dieses Motiv haben wir natürlich in diesen Mumienfilmen ganz, ganz häufig. Diese Störung der Totenruhe, das nicht eingehaltene, die nicht eingehaltenen Riten, die Verfehlungen. Und interessanterweise ist damit natürlich auch eine Parallele zu den europäischen Wiedergängern, den Untoten, wo ganz oft auch Fehler beim Begräbnis dafür verantwortlich sind, dass der Tote nicht im Grab bleibt. Es ist nur so, dass im modernen Vampir, also so wie wir ihn heute kennen, der Wille zur Unsterblichkeit schon irgendwie inhärent ist. Also der ist da sozusagen schon mit angelegt und diese Mumie, die wird halt immer von außen eher so aufgeweckt durch irgendjemanden, der da kommt und stört. Wobei natürlich in der ägyptischen Denkart die Mumie ja im Prinzip schon unsterblich war, weil man ja durch das Konservieren des leiblichen Körpers eines Verstorbenen, der bezwecken wollte, dass eben die Unsterblichkeit erreicht werden kann. Weil nur wenn der Körper im Diesseits erhalten bleibt, die Seele im Jenseits auch entsprechend erhalten bleiben kann. Und insofern, da werden wir uns nachher noch darüber unterhalten, ist das auch gar nicht so gut, was wir alles mit den Mumien gemacht haben. Exakt, das werden wir nochmal gleich ganz ausführlich behandeln. Also sozusagen dieses Unverwesliche, der Erhaltungszustand des Körpers ist der Normalzustand für den Ägypter und es ist tatsächlich so, dass der Körper eben erhalten werden muss, damit eben in der Nachwelt die Seele einen Körper zur Verfügung hat und diese Seele muss den Körper auch wiederfinden. Das wird nochmal dann ganz entscheidend, wenn diese Mumien eben nicht mehr in ihrem Grab belassen werden, sondern irgendwo hintransportiert werden. Also ganz interessante Vergleichsmöglichkeiten, aber auch Unterschiede. Und damit eben, genau Unterschied ist genau das Stichwort, hier sehen wir dann eben, dass im westlichen Verständnis, gerade auch so der 1930er Jahre, der 1920er Jahre, eben nur durch eine Verfehlung, eine Unsterblichkeit erreicht wird, anders als bei Vampiren. Aber im Grunde genommen in der ägyptischen Philosophie dieser Zustand sowieso vorhanden war. Also da sehen wir schon, dass hier auch das kulturelle Unverständnis für das alte Ägypten zu diesem Topos der Mumie, die dann wieder erweckt wird, geführt hat. Also da sehen wir schon eine kleine Verständnisproblematik. Wir waren vorhin ja bei der Entdeckung des Grabes von Tutankhamun 1922. Und man kann zwar im Prinzip auch durch den Umstand, dass diese Expedition finanziert wurde von Lord Carnarvon, übrigens residierend in Highclere Castle, was ja viele aus Downton Abbey kennen, kann man im Prinzip schon noch in gewisser Weise von dieser sogenannten Gentleman Archäologie sprechen. Also der gut Betuchten, die dann Expeditionen, Unternehmen und Ausgrabungen machen. Aber es war, so wie Howard Carter die Dokumentation vor allen Dingen auch des Grabes betrieben hat, natürlich wissenschaftlich gesehen schon ein ganzes Stück weiter als das, was wir gleich besprechen, wenn wir noch ein paar Jahrzehnte, Jahrhunderte zurückspringen. Wobei auch hier tatsächlich die Ägyptologie als Wissenschaft noch gar nicht so existent war, sondern Carter war einfach relativ clever und hat das gut dokumentiert, weil er meinte, dass man das so machen muss als Lehrfach oder dass man das als Ausbildung irgendwie lernen konnte. Gab es das eigentlich nicht, sondern das war alles selbstgemachte Regeln und wir sind heute in dem glücklichen Umstand, dass Carter das halbwegs anständig gemacht hat, damit wir eben wissen oder relativ viel über das Grad vom Tutankhamun wissen. Genau. Es hat sich in der beginnenden Ägyptologie, haben sich gewisse Forscher schon durch ein sehr wissenschaftliches Verhalten hervorgetan und interessanterweise ist unter diesen Leuten, die sich hervorgetan haben, ein gewisser Flinders Petrie. Und dieser Flinders Petrie war wiederum eine Art Lehrer für Howard Carter. Das heißt also, der hat schon gelernt bei jemandem im Prinzip, der die ganze Sache sehr gewissenhaft und wissenschaftlich angegangen ist. Und insofern ist natürlich klar, dass Carter da recht sorgfältig gearbeitet hat. Wer übrigens genaueres wissen will zum angeblichen Fluch des Pharao, was ja auch ein ganz, ganz zentrales Motiv ist und was vor allen Dingen auch 1999 in dem Brandon Fraser Mumienfilm sehr, sehr intensiv dargestellt wird, der müsste sich die Hoxilla-Folge zum Thema Flüche anhören. Da gehen wir nicht nur auf Tutankhamun ein, sondern auch auf andere Flüche, aber besprechen eben auch diesen angeblichen Fluch des Pharao, der sich, ihr habt es wahrscheinlich schon geahnt, doch ganz gut erklären lässt. Oder vielmehr, der dann doch eher auf Mustererkennung, Medieninteresse und Fiktion beruht. Genau, das ist die Folge 41 aus dem Jahr 2011, wo wir dieses Thema behandeln. Und ich glaube sogar, das ist nebenbei auch der erste Auftritt von Sebastian Bartoschek im Hoxilla-Podcast. Da haben wir nämlich am Ende, glaube ich, noch ein Interview mit Sebastian. Also wie gesagt, Folge 41, da geht es dann um den Fluch und ob dieser Fluch Howard Carter am Ende dahin gerafft hat oder nicht. Ich könnte jetzt spoilen und sagen, nee, aber machen wir mal nicht. Interessant finde ich, wenn man sich mit der Zeit beschäftigt und der Ägyptologie beschäftigt, dass man bereits so um den oder im 17. Jahrhundert ja schon sich mit Ägypten und den Denkmälern beschäftigt hat und also auch in der alten Welt, sage ich mal. Und ein großes Problem dabei war tatsächlich… Und eine Geschichte darüber gesponnen haben, wie denn so die alten Ägypter gelebt haben. Und ein Ereignis ja letztendlich, was das verändert hat, war Napoleons Feldzug nach Ägypten im Grunde genommen. Genau, also wir haben zwar vorher schon ein riesiges Interesse an allem, was so ägyptisch ist, aber man spricht wirklich von Ägyptomanie. Die ist tatsächlich ausgelöst worden eben durch diese… Ja, es wird immer so schön von ägyptischer Expedition gesprochen, Napoleons. Es war eine militärische Unternehmung. Also der ist da nicht… Er ist zwar mit Wissenschaftlern aufgebrochen, aber das Ganze hatte eben auch einen sehr, sehr krassen militärischen Hintergrund. Damals war Ägypten Teil des Osmanischen Reiches und Napoleon hat es zu tun gekriegt mit den Marmelucken und mit den Osmanen. Also es wurde tatsächlich auch gekämpft. Und er hatte, wie schon erwähnt, aber einen ganzen Stab, und das ist wirklich interessant, an Wissenschaftlern mit dabei, die den Auftrag hatten, alles was Ägypten angeht, die, also gerade zu der Zeit Aktuelle, aber auch die historische Kultur, die Geschichte, alles was man an Kunstgegenständen und so weiter fand, zu dokumentieren und einzuordnen. Das heißt also, es war zwar ein militärisches Unterfangen, aber es hatte auch einen wissenschaftlichen Hintergrund. Es war natürlich auch Ziel, sich dort eine Vorherrschaft zu verschaffen. Und Napoleon, sagen wir mal so ein Narzisst, der er war, wollte sich auch mit diesem Feldzug, den er natürlich hoffte, erfolgreich abschließen zu können, als großen militärischen Führer, als Fürsten sozusagen deklarieren und natürlich auch jede Menge für sein eigenes Image tun. So richtig funktioniert hat das irgendwie nicht. Das heißt also, militärisch gesehen war das Ganze ein ziemliches Desaster. Und als es dann auch in anderen Gebieten, nicht nur in Ägypten, für Napoleon irgendwie nicht mehr so toll lief, fand ich ganz bemerkenswert, dass er sich sozusagen ohne seinem Militär großartig Bescheid zu sagen aus dem Staub gemacht hat. Und seine Armee da erstmal alleine gelassen hat. Also wie gesagt, das Ganze ist ziemlich schief gegangen. Aber einige von diesen Wissenschaftlern, die er mit dabei hatte, haben hinterher auch mit das Institut Dejipt, also das ägyptische Institut gegründet. Und bis das 2011 leider abgebrannt ist, lagerten dort also wirklich unermessliche historische Quellen und Schätze, Bücher, Texte und unter anderem auch ein Erstdruck der Beschreibungen Ägyptens, die Napoleon dann sozusagen als Bericht dieser ganzen Unternehmung hat herausbringen lassen. Also da enthielten sich sozusagen oder waren enthalten alle Ergebnisse, die man da auf dieser Expedition gesammelt hat. Ja, das Ganze fand statt in der Zeit von 1798 bis 1801, also im Grunde genommen so mehr oder weniger drei Jahre. Und für die breite Öffentlichkeit wurde dann 1809 eine Text- und Bildsammlung veröffentlicht, deren Namen ich jetzt gar nicht versuche erst auszusprechen. Das ist diese Description de l'Égypte. Ja, du hattest mal Französisch, ich nicht. Deswegen spare ich mir das. Interessant ist, du hast gerade schon von den Schätzen, also von den kulturellen Schätzen gesprochen, die man sich anschauen konnte. Man muss ja sagen, dass das alles Raubschätze waren. Also die sind ja schon auch sehr marodierend durch die Gegend gezogen und alles, was glitzerte und alles, was interessant aussah und alles, was man spannend fand, haben die Franzosen sich eingesackt. Und wenn wir auf einen Punkt eingehen, nämlich was ein ganz entscheidendes und bis heute natürlich unglaubliche Wirkung habendes Ereignis während dieses Ägyptenfeldzuges war, war die Entdeckung des Steins von Rosetta im Jahr 1799. Jetzt sagt der eine oder andere im Zweifelsfall, was zum Henker ist jetzt schon wieder der Stein von Rosetta. Das ist im Grunde genommen ein Teil einer Stele, einer großen Steintafel und da gab es auf dieser Steintafel ein Dekret eines Priesters oder ein Priesterdekret, eher allgemein gehalten, in den Sprachen ägyptische Hieroglyphen, im Demotischen und im Altgriechischen. Und da das im Grunde genommen von der Idee her dreimal der gleiche Text war in diesen drei Sprachen und man natürlich das Altgriechische kannte, gelang mit dieser Stele irgendwann die Rückübersetzung und die Übersetzungschance überhaupt, die ägyptischen Hieroglyphen zu entziffern. Champollion hat das 1822 fertiggestellt, dieses Unterfangen der Entzifferung. Ich wollte noch ganz kurz mein Klugscheißen beenden, denn entdeckt hat das nämlich auf diesem französischen Feldzug ein Pierre-François-Savier Bouchard, der hat diesen Stein gefunden und der ist dann über Umwege nämlich erst bei Herrn Champollion gelandet und der ist auch nicht während des Ägyptenfeldzuges direkt entziffert worden oder kurz danach. Also dieser Bericht, den ich eben angesprochen habe, erschien vorher und dann im Jahr 1822. Genau, waren die Hieroglyphen entziffert. Und das ist interessant, dass du das angesprochen hast, weil nämlich diese Beschreibung Ägyptens, die im Rahmen dieser militärischen Unternehmung entstanden ist, wirklich entstanden ist, bevor man mit der Entzifferung der Hieroglyphen einen entscheidenden Schritt zum Verständnis der Kultur überhaupt getan hat. Das heißt also, man ist dahin gereist, hat sich umgeguckt, hat natürlich irgendwie zusammengerafft, dokumentiert gemacht, getan, aber man konnte eben alle Grabinschriften, die ganzen Kartuschen, alles was man sozusagen an Schriftzeichen finden konnte, nicht entziffern. Das heißt also, dieser entscheidende Zugang zur Kultur, der fehlte eben. War dann ab 1822 vorhanden und dann begann natürlich ja ein ganz neues Zeitalter und die moderne Ägyptologie war im Grunde genommen geboren, denn nun war man in der Lage zu verstehen, was in dieser Kultur sich abgebildet hat. Und man hat auch festgestellt, dass die Dokumentation halt sehr umfassend war. Also die Ägypter haben ja sehr, sehr viel dokumentiert und man war plötzlich in der Lage von Handels- und Buchhaltungsunterlagen im Grunde genommen bis hin zu Kaiser-Dynastien und deren Geschichte zu entdecken und hatte plötzlich natürlich ein ganz, ganz anderes Bild von Ägypten. Parallel dazu, aber auch unabhängig davon, sind wir dann jetzt eben zu Beginn des 19. Jahrhunderts in der ersten Phase der Ägyptomanie. Denn dieser Feldzug von Napoleon und anderen Europäern, die Ägypten bereisten, hat eine unglaubliche Wirkung ausgelöst und eine Wirkung, die es ausgelöst hat, ist, und das war mir gar nicht bekannt, deswegen will ich das gerne erwähnen, war der Roman The Mummy, Ausrufezeichen. Ein Roman aus dem Jahr 1827 von einer Autorin, Jane Webb, die dann später Jane C. Luden hieß. Laudin. Laudin, man weiß es nicht, wahrscheinlich Laudin, die haben mit O-U geschrieben. Und in diesem Roman finden wir das allererste Mal eine auferstandene Mumie. Interessanterweise spielte dieser Roman in der Zukunft, im Jahr 2126, also tatsächlich 300 Jahre in der Zukunft sogar, aus Sicht der Autorin zur damaligen Zeit. Und ich habe ihn leider noch nicht gelesen, ich habe ihn mir aber jetzt organisiert, weil er in der Wikipedia komplett verlinkt ist und man kann sich daraus ein E-Book auch basteln und dann auf seinen Reader schießen. Habe ich auf jeden Fall noch vor, das zu lesen. Und hier haben wir aber das erste Mal das Motiv einer auferstandenen Mumie. Allerdings hier ganz anders als das, was wir dann später in den Verfilmungen erlebt haben, sondern hier ja ein ehemaliger Pharao, der wieder erweckt wird, weil er aber so gut ist und so reinen Herzens ist. Und dann in der Zukunft eben beratend den Weltführern zur Verfügung steht und also ein guter Geist quasi ist oder dargestellt wird, also nicht Geist, sondern der ist halt unsterblich, wieder auferstanden. Guter Geist im übertragenen Sinne, aber eben eine ganz andere Zeichnung dieser Mumie. Und es gibt Stimmen, die eben behaupten, dass Frau Lauden hier auch ein Stück weit einen Gegenentwurf zu zum Beispiel der Geschichte des Monsters von Frankenstein schaffen wollte. Und es ist dann ganz interessant, dass dieser Roman so gepolt ist, aber gut 100 Jahre später, dann spätestens mit dem Kino, die Figur der Mumie dann doch wieder in dieses Monsterbild reingeprägt wurde, was ja bei Mary Shelley auch ein bisschen anders war. Aber spätestens die Verfilmungen von Frankensteins Monster gehen dann ja auch eher in die Monsterecke rein. Dann ist die Mumie wieder der Antagonist. Ja. Ägypten, durch die Weisheit des alten Ägypten und auch in der Esoterik schlägt sich eine Ägyptenbegeisterung zunehmend nieder. Wir haben ja dieses Aufkommen einer okkultistischen, esoterischen Bewegung im 19. Jahrhundert und gleichzeitig eben auch eine Ägyptenbegeisterung. Und diese beiden Dinge, die vermischen sich dann also miteinander. Auch das ist eine ganz interessante Randnotiz, dass sich also die Ägyptenbegeisterung nicht nur in der Literatur niederschlägt, in der Architektur, in der Kleidung, sondern eben auch in esoterisch angehauchten Bereichen. Und ein ganz wichtiger anderer Punkt kommt einem heute wirklich wahnsinnig makaber vor, war aber zu der Zeit gang und gäbe, nämlich wenn wir dann langsam auf die Mumienpartys zu sprechen kommen. Ja, du hast ja schon gesagt, Schmuck übrigens, wenn man ihn zur Kleidung zählt, aber auch der Schmuck plötzlich war natürlich dem angepasst, was man fand und was man sehen konnte, was die alten Ägypter gehabt haben. Also wirklich komplett einmal durch die Gesellschaft durch. Einmal durch die Gesellschaft durch und immer Ägypten, 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 aber grundsätzlich interpretiert durch die westliche Sichtweise. Also immer sozusagen rein eigennützig auf die eigene Gesellschaft hinbezogen und weniger aus einem Wunsch heraus, die altegyptische Kultur wirklich verstehen zu wollen. Also man kann wirklich schon von einem kulturellen Raubbau in dem Fall sprechen. Mumienpartys hast du jetzt gerade schon angesprochen. Natürlich bei all dem, was man fand, fand man dann ja auch letztendlich die mumifizierten Leichname. Und es handelt sich ja hier einfach um Menschen, die eigentlich verstorben und zur Ruhe gelegt worden sind. Eben anders, als das bei uns im Westen der Fall war. Aber im Grunde genommen hat man hier, und das ist ein langer Streit bis heute, im Grunde genommen Gräber geschändet. Das muss man einfach auch so deutlich benennen und hat dann Mumien nach Europa verfrachtet. Du hast gerade schon gesagt, im Rahmen dieser Ägyptomanie zu Beginn des 19. Jahrhunderts fanden diese Mumienpartys statt. Ich fand ganz interessant einen Beitrag, einen Artikel, wo deutlich wird, dass im Grunde genommen schon viel, viel früher auch Mumien gehandelt wurden tatsächlich. Und ein Beispiel ist insofern ganz schön, weil es quasi meine neu berufliche Heimat berührt. Nämlich die erste verkaufte Mumie oder in Deutschland eine der ältesten Mumien, die nach Deutschland verkauft worden ist, ist nach Lübeck verkauft worden. Und zwar bereits im Jahr 1696 und ist gekauft worden vom Besitzer der Ratsapotheke Jakobs Stoltefloth. Und der hat die dann einfach bei sich in seiner Apotheke ausgestellt. Und dann stand in dieser Apotheke eine Mumie und das hat die Kunden zum Staunen gebracht. Und dann sind die gerne in die Apotheke gekommen. Ich sage nochmal das Jahr 1696. Diese Mumie ist dann im Laufe der Zeit auch ein paar Mal noch quasi restauriert worden. Man hat einen künstlichen Sarg noch gebaut und Abdeckungen drum herum gebaut. Aber das ist schon auch sehr, sehr verrückt, dass man quasi… Und die stand auch nicht immer in der Apotheke, die ist dann sozusagen weitergewandert. Genau, aber zum damaligen Zeitpunkt erstmal in der Apotheke fand ich völlig faszinierend, dass das 1696 schon der Fall war. Das hängt natürlich auch mit einem Umstand zusammen, weil jetzt könnte man sich ja fragen, Mumienapotheke, wie was? Mit einem Umstand zusammen, auf den wir gleich noch kommen werden. Aber dass diese Mumienbegeisterung, die eben sich darin ausdrückt, dass eine Mumie auf einmal im Schaufenster einer Apotheke steht, auch die Stilblüten hervorbringt, dass sich reiche und hochgestellte Personen dazu versammeln, als Höhepunkt einer Party eine Mumie auswickeln zu lassen. Das sind die Mumienpartys, die du angesprochen hast. Und insofern sind wir da natürlich irgendwie bei einem sehr, sehr ethisch fragwürdigen Umgang mit diesen Mumien angelangt. Wenn dann die Mumie einfach irgendwie auf den Billardtisch gelegt wird und dann versammelt man sich und dann wird halt irgendwie feierlich das Ganze ausgewickelt und man erhofft sich davon nicht irgendwelche archäologischen Einblicke oder Erkenntnisse, sondern dass man irgendwelche Amulette findet oder irgendwas Gruseliges oder besonders sensationsaufgeladenes. Also das ist natürlich irgendwie schon ein ganz anderes Kaliber und hat überhaupt nichts mit Wissenschaft oder Ägyptologie zu tun. Und es heißt sogar so, dass zu der Zeit, als die Jane Webb beziehungsweise Loudon ihren Roman geschrieben hat, dass da eben in einem Theater in der Nähe von Piccadilly Circus auch solche, ja, wirklich als Show inszenierten Mumienauswicklungen stattgefunden haben. Man war natürlich davon fasziniert, dass hier verstorbene Menschen zum Teil über Tausende von Jahren alt sehr gut erhalten waren. Das war man ja gar nicht gewöhnt natürlich. Aber es ist genau wie du sagst, also ein Verstorbenen, die Ruhe eines Verstorbenen zu stören, um dann fasziniert davon zu sein, wie der Leichnam konserviert worden ist. Und das würde hoffentlich heute niemanden mehr so wirklich in den Geist kommen und war damals aber ein völlig normales Zeichen der Zeit, was man getan hat. Und jetzt können wir noch eins draufsetzen für all diejenigen, die sagen, das ist noch nicht schrecklich genug. Im Grunde genommen hat man dann ja auch noch, wenn man dann fertig war mit der Mumienparty, nicht nur, aber zum Teil auch, dann das Ganze noch benutzt, um also entweder, das war dann sozusagen der schrecklichste Fall, den Ofen damit zu heizen. Also das war ganz typisch, dass nachdem dann der Effekt des Auspackens, des Auswirkens der Mumie beendet war, dann hatte man eben diesen Leichnam da liegen. Die sind dann sehr, sehr häufig einfach verbrannt worden, damit es warm war, so wie Briketts oder so. Also ganz, ganz schrecklich, wenn man darüber nachdenkt. Aber schon lange davor, und jetzt kommen wir zu dem Kontext Apotheke und Mumien, gab es das sogenannte Mumienpulver oder Mumia. Ja. Und davon hat man sich Heilung erhofft. Und wer jetzt schon anfängt zu zucken, wenn der uns zuhört, ja, ihr habt völlig recht. Denn bei Mumia handelte es sich im Grunde genommen um Heilpräparate aus Mumien, die auf verschiedenen Wegen, können wir gleich beschreiben, hergestellt wurden, und die man sich zuführte, weil man das für eine super tolle Arznei hielt, die im Grunde genommen für fast alles hilfreich war. Sicherlich ein Gedanke, der dahinter steht, ist so etwas Ähnliches wie auch bei der Homöopathie zum Beispiel, dieser Simile-Gedanke. Man hat ja hier jemanden, der nicht verwest, dessen Körper nicht verfällt. Und hier gab es sicherlich eine Aufladung, die stattgefunden hat, dass man gesagt hat, naja, wenn da so ein Körper nicht verfällt, dann überträgt sich das eventuell ja auch auf meinen Körper. Und zum einen hat man geglaubt, dass Bitumen verwendet werden im Grunde genommen und dass der Extrakt aus dem Körper, der dann in diese Bitumen hineingeht, so hat man sich das vorgestellt, das ist eben das, was besonders heilenswert ist. Und deswegen hat man dann versucht, diesen Extrakt aus Mumien zu gewinnen. Häufig ist aber gar nicht Bitumen verwendet worden, sondern höchstens mal ein paar Öle und Harze. Genau, und vielleicht können wir ganz kurz einschieben, woher der Begriff Mumie überhaupt kommt. Der kommt nämlich tatsächlich aus dem Persischen und ist dann ins Arabische übernommen worden. Das Wort Mumia, das ursprünglich Wachs bedeutet, später Bitumen oder Asphalt. Und dieser Ausdruck ist dann eben irgendwann auf die ganzen einbalsamierten Körper übertragen worden. So, also das habe ich gerade schon beschrieben, dieses Bitumzeug, aber es ging dann noch weiter. Am Ende hat man dann auch begonnen, einfach Mumien zu zerreiben, zu pulverisieren und entweder mit Salben versehen von außen aufzutragen oder auch tatsächlich durch die Nase zu inhalieren, das Pulver, oder am Ende dann auch tatsächlich zu konsumieren. Das heißt, zu essen im Grunde genommen, dieses Mumienpulver. Und man hat sich da wirklich für eine Vielzahl von Erkrankungen, also quasi alle Erkrankungen, die man sich vorstellen konnte zur damaligen Zeit, die man auch schon kannte, sollten so behandelt werden. Also wir können vielleicht einmal zitieren, es gibt ein Traktat über den Gebrauch von Mumia. Also das ist eben diese Mumia als Arznei im Prinzip. Es gibt dieses Traktat aus dem Jahr 1574 von einem Frankfurter Arzt namens Joachim Strüppe. Und der beschreibt die Anwendungsbereiche und Krankheiten für dieses Pulver, darunter Husten, Halsweh, Schwindel, Gichtbrüchigkeit, Herzweh, Zittern, Nierensucht und Kopfschmerzen. So, also wir sind dann angekommen bei Grabschändung, Leichenschändung, jetzt dann am Ende bei Kannibalismus, weil nichts anderes ist es. Man muss es ganz klar so benennen. Also Menschen, die zu dem damaligen Zeitpunkt sich Mumienpulver oral zugeführt haben, haben nichts anderes getan, als Kannibalismus zu betreiben. In der Hoffnung eine Heilwirkung und das war ein Geschäft tatsächlich, also es waren jetzt keine Einzelheiten und das hat dazu geführt am Ende, dass nach Europa Mumien in großen Stückzahlen exportiert wurden und die Apotheken hatten tatsächlich Mumienteile bei sich rumliegen. Das heißt Mumie wurde in Kilo oder auch der Kopf gehandelt und entsprechend verkauft und jetzt könnte man sagen, ja gut, das ist doch alles sehr, 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 sehr lange her, aber im Grunde genommen die letzten Produkte auch von einer relativ bekannten Firma noch nicht so lange her. Wir können es ruhig schildern, auch namentlich, weil die entsprechende Firma das auch ganz klar auf ihrer Internetseite beschreibt, es handelt sich um die Firma Merck und die haben eine Abteilung Corporate History, also Firmengeschichte und die Leiterin dieser Abteilung ist sich vollkommen im Klaren darüber, dass in den Archiven eben auch die letzten Überbleibsel dieser Mumia Vera ergibt Diaka, glaube ich, heißt das Präparat, also die wahre Mumie, also das wahre Mumienpulver, denn es waren auch, kann man sich unschwer vorstellen, viele Fälschungen im Umlauf, weil natürlich die Masse sozusagen oder sagen wir mal so die Nachfrage am Markt größer war als das Vorhandensein tatsächlicher oder die Verfügbarkeit tatsächlicher Mumien. Also die weiß ganz genau, dass dann in den Archiven in einem Glaskasten noch irgendwie Überbleibsel lagern und es ist auch bekannt, dass eben die Firma Merck 1924 noch zu einem Kilopreis von 12 Goldmark Mumia Vera Ägyptiaka angeboten hat. Ja, da gab es nämlich noch ganz normale Preislisten, wo die ganzen Präparate der Firma Merck aufgelistet waren und ja für 12 Goldmarke im Jahr 1924, so lange. Zwei Jahre nach Howard Carter. War das noch unterwegs, eigentlich unglaublich und du hast es gerade schon gesagt, jetzt wäre das ja noch das eine, dass man sagt Kannibalismus betrieben, natürlich nichts davon, ich glaube wir brauchen das nicht erwähnen, aber nichts davon wissenschaftlich bewiesen oder evidenzbasiert natürlich, sondern es war eine pure Vorstellung aus alten magischen Ideen stammend, dass es gewirkt hat, da sieht man auch nochmal sehr gut. Und es gab auch schon in der frühen Neuzeit Kritiker dieses Arznei, also das wollen wir auch nicht unerwähnt lassen. Natürlich, aber man sieht 1924 der Stand der Medizin als Wissenschaft immer noch so, dass man also Feldwald und Wiesen mäßig auch so ein Zeug sich gerne mal einverleibte und um den Bedarf zu decken, weil das war ein durchaus gefragtes Produkt, ist man dann ja dazu übergegangen gefälschte Mumien zu produzieren. Und da wird es dann auch schon echt ein bisschen, sag ich mal, denn zum Teil wurden Hingerichtete versucht schlecht zu mumifizieren oder intern zu tunken und dann Körperteile von Hingerichteten an Apotheken zu verkaufen und im Zweifelsfall sogar um, wenn man sicher war, dass man den Händler nicht wieder sah oder der Händler sicher war, dass er den Käufer nicht wieder sah, zum Teil auch einfach irgendwas in… Holzstücke. Holzstücke in Bandagen zu wickeln, die gealtert ausgesehen haben oder die Alterung zu fälschen, das dann einfach zu verkaufen und wenn dann der Käufer das auswickelte, war da halt kein Mumienkörperteil drin, sondern eben dann doch einfach nur ein Stück Holz, also unglaublich. Aus den Körperteilen von Hingerichteten irgendwelche Wundermittelchen, Amulette oder magische Präparate zu machen, das ist ohnehin, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt, auch das ist Teil der wechselhaften Geschichte angeblich medizinischer Präparate, die natürlich nicht medizinisch sind, aber auch das hat es gegeben. Moorleichen, übrigens auch noch fällt mir gerade ein, auch Moorleichen wurden verwendet und verkauft als Mumien, weil die ja so ähnlich aussahen, auch so dunkel, also das hat man auch gerne getan. Ja, also wir haben da durchaus einen regen Markt für solche Produkte und jetzt wissen wir auch, warum das vor diesem Hintergrund zumindest durchaus Sinn gemacht hat, für einen Apotheker sich eine Mumie ins Schaufenster zu stellen. Ja, das war im Prinzip ein Zeichen der Zeit, also so alt ist diese Vorstellung schon im Grunde genommen gewesen und ja, da hatte er dann sozusagen das Originalprodukt im Grunde genommen bei sich im Schaufenster stehen. Jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit wir uns heute ethisch verhalten, wenn wir Mumien im Museum ausstellen, wenn Mumien Ausstellungen sind oder überhaupt Museen, die eine solche Abteilung haben. Wir freuen sich großer Beliebtheit, sind immer noch Publikumsmagneten, weil wir natürlich die Vorstellung faszinierend finden, uns mehr oder weniger gut erhaltene Menschen aus einer längst vergangenen Zeit anzuschauen. Und dann sozusagen wirklich wie so eine Art Zeitreise den Blick eben auf eine vergangene Kultur zu werfen. Das ist natürlich spannend, was die Untersuchung von Mumien angeht, da geht man doch dann tatsächlich heute wesentlich sanfter vor. Die Mumien werden halt durchleuchtet und man versucht natürlich auch da Rückschlüsse zu ziehen auf den Gesundheitszustand, auf das Alltagsleben. Das heißt, das kann eine Quelle für interessante wissenschaftliche Erkenntnisse sein, eine Mumie zu untersuchen. Aber es steht natürlich auch bei den Ägyptologen immer die Frage im Hintergrund, wie gehen wir eben um, wie stellen wir auch Mumien aus und machen das dann eben nicht so sensationsheischend, sondern auch noch auf eine gewisse Art und Weise pietätvoll. Also das ist eine ganz interessante Diskussion. Ja, also ich habe ja schon oder wir haben es ja zwischendrin schon mal beschrieben, dass in der Forschung der Ägypter selber die Seele auch wieder zurückfinden muss zum Körper. Und deswegen ist es wichtig, dass eben der Mumienkörper nicht entfernt wird von dem Ort, wo er beigesetzt worden ist. Das heißt, wenn wir uns jetzt in der altägyptischen Ideenwelt und religiösen Welt befinden, dann sind natürlich all die Mumien, die in Museen ausgestellt sind, Zeugnis davon, dass die Seelen im Jenseits verloren gegangen sind, dieser Menschen. Jetzt kann man sagen, ja gut, alte Religion vorhergekommen, Religion hat sowieso keinen Wert. Man muss sich aber schon fragen natürlich, denn in allen westlichen Kulturen ist ja im Grunde genommen die Religionsfreiheit und das Ausleben von Religion ein sehr, sehr hohes Gut. Zu Recht natürlich, was wir haben. Und das brechen wir hier einfach an der Stelle. Und im Gegensatz zu vielen anderen archäologischen Untersuchungen auch von Grabmählern, die man dann findet oder wenn man per Zufall bei einer Ausschachtung für ein neues Bauwerk plötzlich feststellt, oh hier sind offensichtlich Menschen beigesetzt worden, dann wird das ja sehr akribisch untersucht. Aber dann werden häufig ja die Gebeine dann auch umgebettet und dann wieder neu bestattet, damit sozusagen der Totenfrieden wieder hergestellt ist. Das passiert ja mit den Mumien nicht, die wir in den Museen haben. Und natürlich ist es so, wir waren vor einigen Jahren im British Museum und haben uns nicht nur den Stein von Rosetta angeschaut, sondern auch da die Ägyptologie Ausstellung völlig faszinierend natürlich. Und es ist, war für mich das jetzt das erste Mal, dass ihr auch echte Mumien aus der Nähe gesehen habt, die dort ausgestellt waren. Und es ist vollkommen faszinierend natürlich zu sehen, wie gut erhalten im Grunde genommen diese Körper sind. Aber schon damals haben wir, das weiß ich noch, als wir da rausgegangen sind, lange darüber diskutiert, wie das denn so ist, wenn man jetzt beigesetzt wird und dann irgendwann aus seinem Grab genommen wird und tausend Jahre später oder zweitausend Jahre später zahlen Leute eintritt und gehen an deinem Körper vorbei. Das weiß ich noch, dass wir uns darüber unterhalten haben. Wir sind da nicht ganz am Ende gekommen. Und ich denke auch dieser ethische Zwiespalt und auch die Geschichte der Ägyptenbegeisterung, die ja auch geprägt ist von einem sehr, sagen wir mal so, gruseligen Umgang mit der altägyptischen Kultur. Genau dieser Konflikt, der spiegelt sich meiner Ansicht nach eben auch in diesem Mumien-Horror-Motiv wieder. Wenn nämlich der westliche Abenteurer, meinetwegen auch Archäologe oder das Schlitzohr, was irgendwie sich nach Ägypten begibt und dann völlig unbedarft irgendwelche Schriftzeichen vorliest und dann die Mumie zum Leben erweckt. Genau das ist nämlich das, was sich da widerspiegelt, dieser Konflikt durch den nicht sehr pietätvollen Umgang mit der altägyptischen Kultur. Vielleicht zum Abschluss noch ganz kurz einen Blick auf deutsche Mumien oder generell auf andere Mumien in der Welt. Also wir haben ja nicht nur ägyptische Mumien. Es gibt in Palermo zum Beispiel ein ganzer Katakomben-Set mit sehr, sehr gut erhaltenen Leichnamen. Es gibt in Südamerika eine Reihe von Kulturen, bei denen auch Mumien übergeblieben sind von Bestattung. Und wir haben sogar auch in Deutschland mit dem Britta Kalbutz zum Beispiel einen mumifizierten Leichnam. Fangen wir vielleicht beim Britta Kalbutz an, da weiß man gar nicht genau, warum der mumifiziert ist. Man hat Vermutungen, also hier ist es eher so, dass durch ständigen Luftstrom eine sehr schnelle Austrocknung des Körpers stattgefunden hat. Man nennt das dann eine Verlederung und dadurch dann am Ende der Leichnam konserviert worden ist. Parallel dazu offensichtlich so beigesetzt, dass das, was typischerweise ja dafür sorgt, dass wir auch verwesen, nämlich Insekten nicht an den Körper herankamen vom Britta Kalbutz. Und der ist bis heute ja recht gut erhalten tatsächlich. In Palermo in diesen Katakommen eben auch warme, trockene Luft, die durch die Katakommen gestriffen sind und da dazu geführt haben, dass die Körper nicht verwest sind. Und ähnliches dann in den Hochplateaus oder Hochregionen Südamerikas, wobei da dann wiederum, also in Palermo und auch in Südamerika, es zumindest so zu sein scheint, dass man von diesem Effekt wusste und auch so bewusst dann Menschen beigesetzt hat, damit der Körper gut konserviert ist. Bei Britta Kalbutz eher ein zufälliges Ereignis und das zeigt dann wiederum auch, dass in Deutschland oder Europa nicht verwiesene Leichnamen dann etwas Besonderes, gar göttliches haben. Das ist nicht der Normalzustand. Und jetzt ist nämlich die Frage, was steckt dahinter? Ist das jetzt ein Fluch oder ist es ein Segen, wenn eine Leiche aus irgendwelchen Gründen so besonders ist, dass sie nicht verwest und beim Britta Kalbutz ist es auf jeden Fall ein Fluch, will ich nicht fast sagen, aber es steht auf jeden Fall für eine Strafe Gottes. Und zwar in der Sage vom Britta Kalbutz geht es darum, dass er des Mordes bezichtigt wurde, des Mordes am Verlobten einer Dienstmarkt. Und dann hat er nämlich vor Gericht geschworen, wenn ich doch der Mörder bin gewesen, dann wolle Gott, soll mein Leichnam nie verwesen. Und weil er einen Meineid geschworen hat, weil er nämlich doch der Mörder gewesen ist, ist seine Leiche nicht verwest. Und diese Sage hat etwas Erklärendes. Das heißt also, wahrscheinlich ist es so gewesen, dass diese Leiche, also man hat entdeckt, dass diese Leiche nicht verwest ist und wollte irgendwie eine Erklärung dafür finden. Und der Volksmund hat dann eben diese Geschichte ersonnen, um sich erklären zu können, warum der Ritter Kalbutz noch so gut erhalten ist. Und dann gibt es noch die andere Möglichkeit, wenn wir uns die Heilige Bernadette anschauen, dann ist die Unverweslichkeit plötzlich Zeichen der Heiligkeit. Das heißt also, wenn man einen Menschen hat, der im Sinne der christlichen Kirche, im Sinne des Glaubens ein ganz besonderer Mensch gewesen ist und dann auch schließlich als Heilige verehrt wird, dann ist eben die Erklärung für die Unverweslichkeit auf einmal nicht mehr ein Meineid oder etwas ähnlich Gruseliges, sondern im Gegenteil ein Zeichen für ein gottes- oder gottgefälliges Leben und für Heiligkeit. Ja. Damit mal vielleicht ein ganz anderer Blick nochmal auf Mumien, auf Ägyptomanie und auf die Ägyptologie. Natürlich nicht in der Tiefe. Wir werden aber diesmal deutlich mehr Links und Quellen unter die Folge packen als sonst üblich. Und dann könnt ihr da anfangen zu lesen. Und das ist natürlich wie so oft ein riesen Rattenloch, in das man reinfallen kann, Kaninchenloch, in das man reinfallen kann. Rattenloch, das ist lustig. Ich würde Rabbit Hole ins Deutsche. Ja, genau. Reinfallen kann und in das man recherchieren kann. Das macht natürlich unfassbar viel Spaß, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und natürlich ist die alte ägyptische Kultur eine völlig faszinierende Hochkultur vor über 2000 Jahren. Und das ist natürlich ohne Frage ein Thema, was zu Recht bis heute Menschen interessiert. Und jetzt müssen wir allerdings mal aufklären, Alexa, ob es in der Schweiz in einer Kirche eine Mumie gegeben hat, wenn ich das richtig zusammenfasse, und ob die die Ur-mal-X-Großmutter von Boris Johnson ist. Ja, in der Story habe ich euch tatsächlich keinen Mumpitz erzählt, sondern in einer Kirche in Basel, in der Basler Bachfüßer Kirche, ist tatsächlich die Vorfahren von Boris Johnson als Mumie entdeckt worden. Es handelte sich nämlich, ja Wahnsinn, um Anna Katharina Bischof, die eine Pfarrersfrau gewesen ist und an der Behandlung von Syphilis gestorben ist. Man hat wohl versucht, sie mit Quecksilberdämpfen zu behandeln und das hat sie leider nicht überlebt. Als man die Mumie 1975 gefunden hat, wusste man erst nicht, mit wem man es zu tun hat. Also das hat wirklich wahnsinnig viel Forschungsarbeit gebraucht. Man musste natürlich Nachfahren ausfindig machen, man musste DNA-Tests machen und da aufwendig Detektivarbeit leisten. Aber letzten Endes hat sich herausgestellt, dass es sich bei dieser Mumie wirklich um eine Vorfahren von Boris Johnson gehandelt hat. Ja, völlig, völlig verrückt. Damit sind wir am Ende der 257. Folge von Huxilla. Ich habe mal durch den lieben Christian Bettnarek, der hat mal ein bisschen Technik-Voodoo betrieben, also bis zur Folge 256 mit allen Specials und allem, was da sonst noch so drin ist im Podcast-Feed. Wer also alles gehört hat, bis vor diese Folge, hat dann schon weit über 270 Stunden Huxilla gehört. So viel Audio haben wir inzwischen nur bei Huxilla produziert. Das ist völlig verrückt. Da kommt jetzt diese Episode nochmal obendrauf. Und wir bedanken uns natürlich bei euch wieder ganz, ganz herzlich dafür, dass ihr uns unterstützt habt. Und wollen noch einmal ganz kurz anmerken, auch wenn heute der 31. Juli ist, an dem die Folge rauskommt. Wir sind jetzt wieder bei drei Folgen im Monat angekommen, so wie wir das auch versprochen haben. Und haben dann im Durchschnitt der letzten zwei Monate zwei Folgen im Monat publiziert. Also wir machen jetzt nicht immer drei pro Monat. Das war, um ein Defizit aus dem letzten Monat aufzuholen. Genau, die Ferngespräche laufen weiter. Das heißt, der Content ist generell viel, viel, viel mehr als noch letztes Jahr. Das hat sich jetzt so ergeben. Aber im Grunde genommen für alle, die sagen, ihr macht ja nur noch Ferngespräche. Nee, eigentlich machen wir immer noch ganz normal zwei Folgen. Huxilla, Standard, regulär, wie immer. Und dann eben die Ferngespräche, die on top kommen. Und da haben wir jetzt im Moment sogar noch zwei auf Halde, die wir jetzt auch noch zeitnah veröffentlichen. Es ist sehr viel. Man kommt ja fast nicht hinterher. So ist es. Aber dann doch irgendwie. Genau. Euch da draußen alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal hier bei Huxilla. Und natürlich, wie immer, immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla-Podcast ist kostenfrei und wird das auch immer bleiben. Damit das gelingt, könnt ihr uns bei der Produktion unterstützen. So wie das schon viele, viele andere tun. Vielen Dank dafür. Das geht ganz einfach. Durch einen kleinen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto oder zum Beispiel über PayPal. Wie das genau funktioniert, findet ihr auf unserer Homepage unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info-at-hoxilla.de Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.